und hier sind wir wieder mit der pete genau auf der strecke speedrunners die war nice genau deswegen habe ich sie noch mal ausgewählt allerdings läuft es bei mir jetzt flüssig das heißt jetzt liegt es nur noch an meinem scheiß skill das ist sehr gut also lachs hat ja eine auflösung was aber komisch ist alter weißt du vorhin die großen töne wenn man weiß wie der anfang geht es voll einfach vorheben 5000 hängen geblieben so checkpoint mitnehmen das das gesehen wie man schatten einfach nur dahin gelandet ist ohne greifen zu berühren ja schon sehr scheiße sein muss das habe ich geil gesehen und ziel wenn du es schaffst nicht abzukacken musst du hier nicht unten die rampe nehmen sondern kannst oben rüber was noch viel einfacher ist schaffst du so schön nein sehr da ist ja das wird nichts mehr und da treibe ich wie so eine alte wasserleiche schön auf dem sinne schade 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 also ich habe null punkte in der folge ja komm du kannst jetzt hier noch mal punkte holen in der nächsten welt ja auch noch die auch wieder schwer ist von der ich nicht weiß wie es da läuft so naja komm schon dann hier wieder schön smooth über diese hässliche kacke und vorsichtig hier nicht zu viel gas geben sonst packt sich auf den arsch ungefähr so schade ich habe mich zurückgesetzt ja ich sehe schon so dann hier die schönen rampen einfach mitnehmen und zock es wieder leise er will wenigstens ein paar punkte kriegen so jetzt hier rüber jetzt über die reifen und da ist das ziel und jetzt gucken wir wie der silent zock zu ja der es jetzt nicht mal mehr ins ziel schafft nein das tut er tatsächlich nicht scheiße dafür küsst er noch mal schön das metall das macht er sehr gut sehr sexy silent zock und das war's och ich kotz noch am strahlen ja vielleicht ist jetzt die nächste welt ja noch mal ein bisschen schwerer also so dass ich sie nicht schaffe aber du oder wir beide sie schaffen das ist bezweiglich ach wart die pit alter sie heißt der waterworld von unserem alten freund bcc5 mhm mhm oje das sieht sehr geil los ok der erste checkpoint mitgenommen ok den schaffe ich nicht ich habe so einen backflip ach du scheiße jetzt hänge ich ich hänge in der rampe fest das gibt es nicht ähm komm mal an die rampe und dann kannst du sie wie mein motorrad drin wenn kalt ist haha schade es war übrigens schuld des backflipo und geschafft der backflip hat's gemacht nein doch und ach komm schon ok ach scheiße so ich komme zum strafen warum komme ich da nicht rüber weil er dich nicht mag alter verdienen nächster deutscher ja mann drüben und der schatz hin hier alte hier sehen wir das genau jetzt kommt eigentlich nicht mehr viel außerhalb dieser schwule ball ja bei dem musst du ein bisschen aufpassen ich kotze aber guck mal du kannst sehen was dahinter kommt das ist der rest ja also nicht mehr viel so dry zwei eins go so nein bleiben wir da nicht an diesem denn da ist zeit für die backflip verdammt mit dem backflip geht das aber ich habe es von astrein mit dem backflip geschafft ich kack meistens vor dieser scheiß rampe ab das läuft ja okay ich pop gerade hart die rampe komm her du billiges holz so backflip nein hast du jetzt mehr anlauf genommen nein nein ist das so aus ich hab jetzt backflip nein backflip jetzt bist du drüben nein noch nicht wieso sah es so aus sah es so aus ja nein warst du drüben ja da das wäre leider nichts oh ja oh ja ich prob die rampe ja ich zeig's dir einen kleinen dreckigen nutten der rampe ist hat backflip und gegen die rampe komm schon wegflip und geschafft jetzt kommt ihr der dreckige ball auf doom ich frage mich ob es eine strecke gibt die ich auch irgendwie mal schaffe ich kann ja einfach gleich mal einfache strecken nehmen wo der ball geht mir grad voll hart auf den sack verpiss dich ball dricks ball ok und hoch und nice ziel gucken wir zockt man es zu genau einfach zurückrollen ich bin sogar bis an das fass hinten ran gerollt und dann habe ich mal backflip gemacht genau rollst du uns mal bis ans fass hinten zurück ich schaff's immer nur bis auf die rampe rauf und das war's dann super lemon ja ja oh ich bin auf den neuen spiel gegangen keine siegerehrung leider äh schade aber vielen dank fürs zusehen wir haben gesehen dass ich gewonnen habe bis zum nächste mal haut rein